Hallo Leute, Super Mario Lufis hier und heute möchte ich mich zurück mit einem neuen Division 2 Video. Und zwar ist gestern das State of the Game erstmals nach der Sommerpause wieder gewesen. Und ich werde euch in diesem Video, wie immer, die Informationen aus dem gestrigen State of the Game hier liefern. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, viel hat es nicht gegeben. Doch, die Informationen, was wir bekommen haben, waren sehr hilfreich. Denn wir wissen jetzt circa, wann das nächste DLC kommen wird. Nämlich im September. Aber da komme ich mal später darauf zurück. Zuallererst möchte ich mal die Blue Screens, also die Probleme mit den Blue Screens auf der Playstation 4 ansprechen. Da haben sie gesagt, sie sind noch immer am Untersuchen. Aber haben jetzt noch keine Informationen dazu. Weil ich glaube, sie haben schon vor Monaten gesagt, sie untersuchen das. Leider wissen sie nicht, was das alles verursacht, die ganzen Blue Screens auf der Playstation 4. Ich kriege die circa ein, zwei Mal am Tag, wenn ich ein bisschen länger spiele. Ist es immer nervig, wenn ich streame. Da ich ja über die Playstation selbst streame und dann das Stream immer aus ist. Ich habe das auch noch in keinem anderen Spiel gesehen nach so langer Zeit. Wir hatten das Problem schon in Division 1 mit den Anwendungsfedern. Und in Division 2 begleitet uns dieser gleiche Feder noch immer. Ich hoffe, sie werden den bald beheben. Ziemlich nervig. Speziell im Raid. Man spielt, man kämpft sich durch und dann kommt ein blauer Screen. Und man muss warten. Anwendungsfehler. Und das gleiche geht wieder von vorne los. Wenn wir schon den Raid angesprochen haben, da gibt es Zeiten, die sind sehr merkwürdig, haben sie gemeint. Die sind nicht zum, glaube ich, Schaffen. Ich glaube, ein PC hat es irgendwer in 16 Minuten geschafft. Und es gibt sehr viele Speedrunner auf allen Plattformen. Und ja, das ist natürlich sehr, ja, sehr traurig, wenn man das alles probiert. Und dann sieht man irgendeine Zeit, was eigentlich nicht zu schaffen ist. 16 Minuten, glaube ich, sind wir sich alle einig. Der Raid ist in 16 Minuten nicht zu schaffen. Und da gibt es sicher irgendwie da einen kleinen Trick, wie man das machen kann. Auf jeden Fall schauen Sie sich das an und werden uns Informationen geben, sobald Sie welche haben. Das gleiche mit dem ersten Platzrennen, wie das war. Leute hatten ja schon vorab die Informationen von den Mechaniken, vom Raid. Das Untersuchen sind anscheinend auch noch immer und werden uns auch wissen lassen, ja, was sie da machen. Und werden gegen die ganzen Leute, die eben die Informationen schon gehabt haben. Ein neuer Fehler wieder auf der Playstation 4. Die Playstation 4 ist wirklich gebeutelt, muss man sagen. Die hatten anscheinend eine Woche lang, es gab jetzt die letzten zwei Wochen, glaube ich, ein Bekleidungsevent und die Playstation 4 Spieler hatten eine Woche hier keinen Zugriff drauf. Das schauen Sie sich auch an und werden uns dann, wenn das nächste State of the Game ist, das ist aber erst in zwei Wochen, also erst am 19. August, da werden Sie dann hoffentlich neue Informationen über das Ganze liefern. Gleich mal vorneweg, ab dem nächsten State of the Game, beziehungsweise ab dem dieswöchigen eigentlich schon, weil heute ist ja Donnerstag, wird es immer die State of the Game Zusammenfassung am Donnerstagvormittags geben von mir. Ich muss leider immer Mittwochs arbeiten, geht sich nicht aus bei mir. Sorry für das, aber ich glaube, ihr könnt alle bis Donnerstag morgens, beziehungsweise vormittags warten. So, kommen wir einmal zu den größeren News vom State of the Game gestern, nämlich den Skyscraper-Modus. Sie haben uns schon ein bisschen was angeteast, beziehungsweise sind Data-Miner draufgekommen, dass es einen neuen Modus geben wird, ein neues DLC. Und gestern haben sie schon circa angekündigt, wann das kommen wird. Denn im Twitch-Chat haben Leute gefragt, sie wollen eine Roadmap. Eine Roadmap, haben sie leider gesagt, können sie uns nicht geben. Ja, ich glaube, die Vision wird nie eine Roadmap haben, weil sie selber nicht wissen, wann sie irgendwas rausbringen. Ja, finde ich ein bisschen traurig, weil es wäre nicht schlecht, wenn man wissen würde, was uns in Zukunft erwarten wird und wann. Das Wann und wie es weitergeht, gibt es noch Inhalt, gibt es keinen, wann kommt der Inhalt. Die Divisionspieler sind stets im Unklang gelassen worden. Das geht jetzt schon wirklich auch seit Teil 1, da hat auch keiner gewusst, wann irgendwas Neues kommt. Und ich kann mich noch erinnern, in Teil 1, nach einem Jahr hat es so einen Firestream gegeben und jeder hat gewartet. Ja, endlich kriegen wir neue Informationen über neuen Inhalt. Was haben sie gesagt? In den Einjahres-Firestream in Division 1, es gibt keinen neuen Inhalt mehr. Zwei, drei Monate später haben sie dann neuen Inhalt angekündigt mit 1.8 und es ist ziemlich viel Neues gekommen. Nur mal ein Beispiel zu nennen, dass die Entwickler nicht selber wissen, was sie machen und wann sie irgendwas machen. Und deswegen wird es auch bei Division 2 bestimmt keine Roadmap geben. Auf jeden Fall haben sie den Skyscraper-Modus angekündigt für September. Das Title-Update 11 und 11, also das nächste Update-Title-Update, wird dann circa im September kommen. Und da ist eben der neue Modus dabei und was auch noch immer dabei ist, wissen wir leider nicht, wir wissen, dass der Skyscraper-Modus hier kommen wird. Das wird so ein, ja ihr müsst euch durch die Hochhausetagen kämpfen, das wird so ähnlich wie ein Wellen-Modus schätze ich mal. Und da könnt ihr euch bis zur Welle 100, glaube ich, vorkämpfen und die NPCs werden immer stärker. Es wird so etwas ähnliches sein wie Untergrund und Resistance aus Teil 1 gemischt. Also ein Wellen-Modus mit Untergrund ist meine Vermutung. Auf jeden Fall werden wir zu dem neuen Modus und zum Title-Update 11 neue Informationen bekommen. Ende August haben sie gemeint. Ich schätze mal, dass das der 26. August sein wird, weil jetzt machen sie eine Woche Pause. Am 19. August kommen sie zurück mit an State of the Game. Da wird aber nur dieser Bruce hier zugegen sein beim State of the Game. Der ist für das Balancing zuständig. Da habe ich am Montag schon ein Video rausgebracht über die generellen Mods. Die Mods werden geändert, über die ganzen Änderungen. Ich lasse euch auf jeden Fall den Link in der Beschreibung unten, falls ihr wissen wollt, welche Balancing-Änderungen die Entwickler schon vorhaben. Ich glaube, das würde jetzt die Zeit springen, wenn ich hier das jetzt näher drauf eingehe. Auf jeden Fall die Mods haben keine Farben mehr. Ihr könnt auf jeden Fall in jeden Markenset einen beliebigen Mod reinhauen, wie ihr wollt. Und nicht so wie jetzt, dass ihr zum Beispiel Alps Summit auf Fertigkeiten-Bilds immer nur gelbe Mods-Lots reingeben könnt und auf Angriffs-Bilds nur rote Mods-Lots. Jetzt könnt ihr euch das quasi auswählen und ihr habt generelle Mods-Lots. Dies bleibt aber nicht die einzige Änderungen, die kommen wird. Deswegen einfach mal reinschauen in mein Video, was ich gemacht habe. Da habt ihr dann den Entwickler, der was auf Twitter quasi schon ein bisschen teased über das Titel-Update 11, was da kommen wird, welche Änderungen sie vorhaben werden. Es wird auch eine PTS geben. Ich bin schon gespannt, ob sie dann den neuen Modus dort herzeigen werden, was ich nicht hoffe, sondern ich hoffe, dass das wirklich wieder eine neue Balancing-PTS wird, Dark Zone und eben Missionen. Ich finde es immer schade, wenn man schon den neuen Inhalt gespoilert bekommt, wenn man auf Twitch schaut. Deswegen hoffe ich eben, dass das wirklich nur wieder zum Balancing genommen wird. Wahrscheinlich eben nicht, weil sie wollen ja auch den Skyscraper-Modus eben auch balancen, dass sie wissen, wie schwierig sollte dieser Modus sein, speziell in den höheren Runden. Also ich schätze mal, dass dieser neue Modus dann auch auf der PTS sein wird. Da werden sie uns informieren über die PTS in zwei Wochen wahrscheinlich. Wann die sein wird, wie gesagt, leider wieder nur am PC. Das Ganze kommt dann mit der Season 3 und mit der Season 4, das ganze DLC. Und wie gesagt, in zwei Wochen werden wir dann nähere Informationen über das Titel-Update bekommen. Und eine Woche später dann über den neuen Modus und über den neuen Inhalt, was es alles im Titel-Update 11 dann geben wird. Das war jetzt eigentlich die Informationen, wie gesagt, über das neue Update. Das könnt ihr dann im September warten. Wenn sie uns Ende August, wenn da die PTS startet, das dauert wieder ein paar Wochen, dann schätze ich mal, dass das Mitte September dann kommen wird, das Update. Und dann spätestens dann Ende September. Also können wir sich auf neuen Inhalt freuen. Das sind mal gute Nachrichten, was ich hier gleich nach der Sommerpause hier berichten kann. Ich hatte wirklich gehofft, dass das jetzt schon kommt. Meine Befürchtung war, dass sie wieder bis März warten würden. Und bis März wäre das viel zu lange gewesen. Die ganze Community schreit nach neuen Inhalt. Die ganze Community will neuen Inhalt. Und ja, quasi geil auf der Division 2, nur gibt es nichts Neues zum Spielen. Auf Farmer hat keiner mehr Bock, weil eben nur der Regenbogen-Loot kommt. Das wollen sie eben auch angehen. Wie, das erfahren wir dann in zwei Wochen. Das war es jetzt von mir. Und dann sage ich mal, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was glaubt ihr, ist dieser Skyscraper-Modus? Was sagt ihr zu den ganzen Balancing-Änderungen? Und was stellt ihr euch unter diesem neuen Modus vor? Lasst mich wissen in den Kommentaren natürlich. Liken und sharen nicht vergessen. Und das Follow natürlich auch nicht. Dann haut rein. Ciao, ciao.